WDR mediagroup GmbH-WDR Die Strecke ist in der Strecke, in der Strecke, in der Strecke, in der Strecke. Der Gäste fährt noch auf der Ebenzeit von Nachdenkend. Dann ist der andere Kuhl durch den Acker, wenn der Gäste ist. Der Gäste ist auf der Seite vorbei, verbrennt sich jetzt aber zum Däumen die Schrecke der Wann. Der Gäste ist wenig zufrieden, wenn man die Kuhl ist, ist die Zeit nicht zufrieden. Die Gäste ist die Fähigkeit von Nachdenkend. Die Gäste ist die 6.8 Sekunden vorschrungreich. Locker ein erster Karriereweg. Und es gibt einen Überschlag nach der Zieldurchfahrt, was ist das denn? Yes, come on! After a very unlucky weekend at Silverstone, it's nice to get a win here and yeah, now my objective for the rest of the year is just get as many wins as I can, many pole positions and see what the championship ends up being really. And now it's time for champagne!